Es war das reinste Inferno. Auf der A2 bei Magdeburg sind gestern mehrere Gasflaschen auf einem Laster explodiert. Zwei Tote, mehrere Verletzte und die Autobahn noch immer in beide Richtungen gesperrt. Was da genau passiert ist und wann der Verkehr wohl wieder fließen wird, erfahren Sie jetzt in Hespo 12. Muss es wirklich so teuer sein? Ob Pizzeria oder gut bürgerlich. Sie ziehen uns immer mehr Geld aus der Tasche. Ist das noch gerechtfertigt oder machen die das Geschäft ihres Lebens? Profi Koch Semi rechnet mal ganz genau für uns nach. Ein Raser zeigt Reue. Er war voll in dieses Auto gekracht und hat sich einfach aus dem Staub gemacht, wie die private Fahndung nach dem Unfallfahrer überraschend zum Erfolg geführt hat. Wiedersehen mit Blanket Jackson. Er wurde berühmt durch diese Balkonszene. Wie Dzekos jüngster Spross heute aussieht. Mittwoch, 30. August. Hier ist Punkt 12 mit Katja Burka. Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. Ein Unfall.